Du-di-do Laat, laat Blitzka Blitzka Oh ja Das ist ne asoziale Strecke Ja die warst irgendwie wirsch Ja die war wirsch Oh Gott, die kenn ich auch nicht so gut Ah die ist eckig Zu spät Die Musik ist so friedlich Ja, schön Wieso sind wir immer alle so schnell? Oh Gott Wieso? Wie sich denn die Musik aufändert Bei dir auch? Ach ja wir haben ja einen Kopfhörer bestimmt War was Oh 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 Wie sie meinen Windschatten nutzt Oh, oh Jetzt bin ich irgendwie falsch gefahren Kleinen Umweg gemacht Naja Ich kenn die Strecke auch nicht Oh, wieso? Oh Was war das denn? Roter Panzer Nein Ne Wolke kommt Ne Wolke kommt Hau ne ab Wolke Ach verdammt Ich hätte hüpfen können Oh Was machst du? Wie er voll runterfällt Tschüss Baby Peach War schön mit dir Oh, baus er so Schatzi, was machst du? Kein Mist bau Ich baue nur Mist Ah Hilfe Ah Wie man nicht lenken kann Wenn man die Oh, wie ich immer hier außen rum fahr Voll dumm Ne Oh Nein, nein, nein Juhu Oh, da ist eine Rampe Ja Aber da wird man langsam Ja Ja Aber ich habe vorhin benutzt Du tust noch Tust noch Tust noch Oh Gott Ist doch schön hier Wenn wir das Team rennen, wenn wir zwei spielen Sehr einseitig ja ich weiß schon wieder fast das wasser außer die mir nicht auf den sack ich mache nein oh gott oh gott wird gemacht ich bin platt gemacht so wieso bist du denn vierter ja weil die mich überholt haben kann ich doch nicht ändern ist noch gewinnen ich bin halt so schlecht mit vom kettenhund das norm sie versuchte ja noch zu überholen aber wieso sind hier nur blauer wo sind unsere teams unsere teammitglieder also ich bin fertig wie der power nichts gebracht hat ich bin noch zweiter dritter vierter was machst du verliere nein fünfter was hast du getan ich wurde verarscht meine bremsen wurden manipuliert ja ja wie ich einmal gebremst ja 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 nur morx macht der mann nur morx und du vorne kilometerweit du die du sieben jetzt hast du mich zum ersten mal bei dir abgeguckt war nur die nicht die verkracht so so abgeguckt wie gut ach genau da konnte man ja da so lang fahren so langfahren mach ich denn nicht nächste runde oh gut das Wasser darf uns denn nicht erwischen und die dinger darf mich auch nicht erwischen das super mario sunshine ja genau Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Äh, ja, die hat einen Namen. Alles hat einen Namen. Hau ab. Hau ab, Wolke. Kugel Willi? Ja, fuck. Jetzt noch. War gerade rein. Oh, wir haben mich wieder auf die normale Strecke schubs. Oh, hui. Oh nein, oh nein. Was machst du? Ich wollte die coole Strecke nehmen. Ja, und was hast du denn gemacht? Ich dachte mir ein gutes Baden-Bad hin. Gut, dachte ich mir. Oh mein Scheiße. Das soll man ja eigentlich nicht abwaschen. Oh. Irgendwie losgelassen. Mal abschubbern. Oh, wie Donkey, guck mir alle knapp. Wie ich bei dir geguckt habe und gar nicht mehr auf meins. Ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist, wenn man hier langfährt. Das ist nicht auf der Karte eigentlich. Ja doch, auf der Karte eingeflecht. Naja, darf es einfach mal. Das auch mal. Man sollte nur gerade fahren. Nicht so wie ich gerade. Nein. Und Glück mit dem Wasser musst du eigentlich auch haben. Blub, blub. Wie ich ständig bei dir gucke und dann... Guckst du bei mir? Das ist auch nicht, mir ist langweilig. Boah. Boah. Mach mal ich Versus zu, dann kriegst du da... Oh Gott. Gib mir was, gib mir was. Nein. Schatz, wieso? Nein. Oh Gott. Voll Panik. Ja, die machen mich alle voll fertig. Du kriegst davon ja nichts mit. Da wollen mich alle haben. Und du bist ja Kilometer weit vorne. Wir haben gewonnen. Ich fange ja alles ab. Ja, du fängst... Oh. Ja. Ich eh. Oh, ach so, guck mal. Ja, wir haben gewonnen. Jetzt gibt es Sieger eh auch. Ich hätte mal den einen auch noch zu Ende fahren können. Ja, stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Peach hat eindeutig mager so. Ja, ein bisschen. Das wird nicht gut gehen. Alle Schlimme. Nein. Hallo. Das ist die da. Wieso? Ich nehme das. Ich auch. Nehmen wir die V-Aren? Ja, ne? Ähm, Rosmier. Oder die Retro-Aren. Ist mir egal. Wir nehmen die V-Aren. Blockblaser ab. Weiß ich gar nicht. Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Was? Ist das nicht? Standen da schon immer so Statuen drauf? Ich weiß es nicht. Hm. Hä? 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 Ich kann mich aber an die Statuen auch nicht erinnern. Auf dem NK60 gab es so eine ähnliche Statue. Äh, ja. Die zwei APs. Schrau mich doch nicht. Ich bin in deinem Team. Ein Punkt. Wieso? Zwei Punkte. Hä? Zwei Punkte. Kannst du schon zwei Punkte haben. Wir haben einen Punkt. Drei Punkte. Oh. Achso, da steht das. Oh. Ich bin verwirrt. Ich habe einen gemacht. Achso. Ja, du hast einen. Ich habe keinen gemacht. Oh Gott, du hast einen großen Pilz. Du kannst ja alle platt fahren. Ja, wenn jemand da wäre hier. Bei mir. Hä? Hä? Baby Mario. Komm her. Komm her zu mir. Yay. Ich kann so viele Punkte machen mit dem Ding. Ja, wenn... Ach, scheiße. Nein. Nein. Ich habe es verkackt. Scheiße, da ist mir der rote Panzerkatastrophe gegangen. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ah. Oh. Da hat mich was getroffen. Neu. Ja. Ach, verdammt. Da ist König Gruber ausgerichtet. Ne. Oh, Bob-omb. Bob-omb. Oh, verkackt. Verkackt. Oh, wieso fällt das Ding runter? Was? Oh. Was ist das? Was ist das? Kann man da sterben? Keine Ahnung, ey. Frag mich nicht. Oh, Hilfe. Das war das Loch. Ja, sag ich ja. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Hohl. Baby Peach. Oh. Zack. Oh, wir haben mich runter. Yes. Noch reingetroffen. Wieder ein Bob-omb. Oh, Mann. Ich voll hängen geblieben bin. Ähm. Wo sind denn die ganzen roten? Was wollte ich eigentlich? Aber wie der rote Panzer immer gegen die Wand fährt. Das ist Luigi. Oh, wo sind die roten? Da. Oh, wie Mario abgeblockt hat. So. Ja. Oh yeah. Dann spalere ich euch den Hintern voll. Wo sind die roten? Hier bei. Verstecken sich alle. Ja, ne? Voll schlimm. Keiner getroffen. Wie du vier Punkte hast. Ja. Ich habe hier voll rumgeskillt. Oder so. Ich kriege hier gar nichts. Ich habe keine Waffen mehr. Ich brauche neue Waffen. Oh, nö, das war knapp. Was denn? Eine unserer Bananen kaputt gemacht. Oh. Oh, ich habe wirklich jemandes in meine Banane gefahren. Oh. Fahrt doch nicht gegen mich, wenn ich gerade ganz viele grüne Panzer habe. Ihr Idioten. Ah, nein. Die eigenen. Oh, ja. Zieh denen das was ab? Nein, aber... Die machen es kaputt, ne? Und jetzt habe ich... Jetzt hat mich irgendein dover roter Panzer getroffen. Und jetzt habe ich nur noch einen Ballon und bin gleich tot. Ich habe noch zwei. Ähm. Sind die roten? Ich such sie auch. Warte ein bisschen. Zeit läuft ab. Oh, nein, roten. Oh, nein, roten. Ja. Neun getroffen. Ich nicht. Yay. Na ja. 9 zu 13. Na ja. Wir haben gewonnen. Ich bin erster. Ha. Nö. 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 Kommt jetzt noch eine Wahl? Ja. Nö. Nehmen wir denn da? Ähm. Achso, ich muss ja erst mal auswählen. Ja. Das wäre gut. Was sehen wir denn da? Ähm. Nö. Stadion ist lustig. Kann ich auch sagen. Vielleicht ist das andere so doof für Ballongedönse. Ja. Wir haben hier drückende Kopfhörer heute. Das sind aber die leichten. Ja. Ja. Extra leichte Kopfhörer. Ja. Yay. Wir alle Tricks machen. Wir alle Tricks machen. Ach, Feet schnappt mir's weg. Ja, mir hat der Computer's auch weggeschnappt. Oh, was? Du's mir wegschnappst. Hallo, Wario. Und, und? Ist hier was? Ist gar nichts. Ist hier was? Oh, wie ich vorbeigesprungen bin. Frau, ne Waffe. Du bist so hilflos. Oh, wie ich an allem vorbeispringe. Weiß hier drüber. So. Oh, wie ich nur grüne Panzer kriege. Ja. Ich hab hier wieder einen roten. Wo sind sie? Überall hin. Du hast schon wieder roten, blaue, grüne. Kann farben nicht mehr. Verdammt, sie hat ja eine Banane schon. Oh, ich hab's sogar getroffen mit dem grünen Panzer. Du so. Oder mit der Banane, die ich am Anfang gelegt hab. Hm. Oh, Donkey Kongosau. Sind hier mal... Oh. Oh, ein roter. Mit dem roten Panzer hast du ihn natürlich gewonnen. Ja. Außer ich. Ich verkackt den. Ja, ich hab ihn auch verkackt, weil da war, äh... Oh. Oh, kommt alle her. Huch. So. Boah, ist zum. Du so. Abgehst. Nein. Also Ausgewicht. So. Das war nicht so klug. Und... Oh. Was machst du? Ich da hochfahren, wo keine Dinger sind. Oh, verdammt. Zu spät gedrückt. Ah, ich glaub's nicht. Scheiß Wario. Oh, Hilfe. Oh, ich treff mit den grünen grundsätzlich nicht. Ich schieße sie immer irgendwo wild in die Pampa und hoffe, dass da was trifft. So. Oh, ich enkel. Bisher läuft's eigentlich. Oh, ich enkel. Ich übernehme die Taktik. So. Ui. So. Ach, boah, wie ich immer zu schief springe. Echt? Miau. Nochmal. Äh, nein! Was? Was war das für ein Wirscher-Roter-Panzer? Ich weiß nicht. Er war voll langsam und dann ist er auf einmal auf mich zugerast. Er war so langsam. Ja, war voll komisch. Ja, war voll komisch. Wie viele Tricks mache. So. Was? Was bringt denn dieses Beschleunigen ab? Komm, mach ich euch an. Gibt's? 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 Zieht das was ab? Na ah, na. Ich krieg dich ständig gerade. Anscheinend wird's was abziehen. Oh, eins. Sau. Oh. So. Ah, verdammt. Wieso? Oh, wie der eine Hit nicht gezählt hat. Nice. Ja, da oben ist aber nix. Oh. Ist ja doof. Ja, ein bisschen. Oh, die Zeit. Ja, ein bisschen. Hahaha. Naja. Aber wir haben knapp gewonnen. Oh. Oh. Ja. Gießmal war ich aber nicht so gut. Ah, Waluigi war besser. Hm. Ssssssss. Hääääh. Stoppidu. Kiku. Lakitu. Ach, das hab ich ja noch nie gesehen. Das sind ja so... So Retro Marios. Hahaha. Du so. Ha, ich wär trotzdem erster. Haaa. Hahaha. Freut sie sich? Hahaha. Hahaha. Lass mich... Mich freuen. Münzjäger? Ja. Ok. Finde ich doch mal interessant. Ich nehme Rosalina. Ok. Ok. Hahaha. Hahaha. Das wird nix. Ich nehme Kart. Wieso? Ähm. Der Essen ist krampf groß. Wieso? Voll retro. Hahaha. Da hab ich das noch nie mit der Münzjagd drauf gemacht. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon wieder machen kann. Bin ich schon mal gespannt. Das so klappt. Wie ging das nochmal? Ja Münzen einsammeln. Münzen nur sammeln. Ja. Und sich halt gegenseitig äh... Ich hab noch ein Sternchen dabei. Das heißt aber nicht Sternchen. Wie ich voll in den Sand fahr. Ich auch. Hahaha. Das ist so doof. Bis dann? Da bitte hin. Wie ich Diddy Kong hätte herfahren, der alle Münzen sammelt. Nein. Diddy. Oh. Doch man. Wenn man getroffen wird, verliert man die, ne? Ja. Oh, nicht alle. Ich bin grad zu doof dafür gerade. Gerade, gerade. Ich krieg keine Münzen. So. Ich hab auch alles 4. Alles 2. Und ich mach mal die Musik. Hä huh huhu? Hä huhu huhu? Rosalina freut sich. Äh huhuh. Äh huhu huhu? Oh bitte. Oh nein. Ahhh. Woah. Ah ok. Jetzt bin ich rot. Ich muss jetzt auch grad gucken. Was bin ich normal? Ah. Nein. Münzen. Münzen. Ah. Das war Didi. Didi gehört zu uns. Scheiße. Ah. Weiß fahr. Oh. Achtung! Was? Angst. Hilfe, Hilfe. Ja, du bist doch mein Feind. Ja. Ich fühle mich schon wieder voll verdrengt. Oh Gott. Vollidiot. Du so. Vollidiot. Oh. Achso. Ich sollte vielleicht auch mal andere angreifen. Ich bin hier nur mit dem Sammeln beschäftigt. Ja. Solltest du. Hm. Ah. Was? Fünf Munze verlierst du dann? Verdammt. Ich wollte dich nur erwischen. Schafft. Was? Hm. Was? Ach. Didi gehört zu mir. Ich vergesse das immer. Wie ich in die Dingsreiter fahre. Wie wir voll verlieren. So hab ich jetzt minus drei bekommen. Hä? Hä? Weiß ich nicht. Wo ein bisschen was reingefallen? Keine Ahnung. Oh, der ist fies. Oh, hast du den gesetzt? Weiß ich nicht welchen. Oh, der ist ja so voll in einen Block rein. Ja. Alter. Na, na, na. Ach, verdopp. Scheiße, ich krieg nix. Oh, was ist denn mit den Roten los? Jetzt spring dich doch mal an. Nee, die Einzige, die war's. Ah. Fuck, sieben? Hahaha. Ah. Awesome. Ah, was? Was war das denn? Jetzt geht's aber ab mit euch. Was ist das so? Alle getroffen, ey. Was war denn das? Alter. Ist klar. Wie wir alle getroffen haben. Ist klar. Boah. Wie unfair das war. Boah. Arsch. Oh, oh, oh. Münzen. Boah. Wie unfair. Boah. Boah. Weißt, ich hatte 14 Stück. Hahaha. Und dann trifft mich er. Boah. Ups. Wie du mein Wii U-Karton haust. Äh, Wii U-Karton haust. Ah. Das war ja unfair. Hahaha. Neh mal jetzt. Boah, war das unfair. Ja. Neh mal jetzt. Sch, 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 sch.